Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man Gipskarton grundieren und somit dann zum Beispiel auch die Grundierung richtig auf solche Rehgipswände auftragen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Eine Grundierung wird normalerweise vor dem Streichen bzw. vor dem Tapezieren auf unseren Trockenbauwänden aufgebracht. Das Ganze hat den Vorteil, dass wenn ich hier jetzt nicht grundieren würde, dann hätten wir auf jeden Fall zwei unterschiedlich stark saugende Flächen. Bedeutet, wenn ich hier jetzt drüber male, dann haben wir am Ende relativ sicher Flecken und es schaut einfach nicht sauber aus. Deswegen haben wir mit der Grundierung danach eine gleichmäßig stark saugende Fläche und außerdem haben wir nach dem Schleifen normalerweise immer noch relativ viel Staub auf unseren Flächen drauf. Und diesen Staub tut die Grundierung auch nochmal ordentlich binden. Am besten verwendet man hierfür übrigens einen ganz normalen Tiefengrund, da sollte normalerweise auch immer draufstehen, dass er natürlich für Gipskartonplatten auch geeignet ist. Und zum richtigen Auftragen empfehle ich auf jeden Fall eine Kombination aus so einem Drucksprüher und auch aus einem hochwertigen Deckenpinsel. Wichtig, der sollte auf jeden Fall hochwertig sein, da sonst natürlich lauter Haare auf unseren Gipskartonplatten zurückbleiben und das macht wirklich keinen Spaß. Unsere Grundierung schütte ich also erstmal ordentlich durch, gebe die gewünschte Menge in meinen Drucksprüher rein, verschließe diesen anschließend richtig und danach kann ich nämlich dann auch schon ein paar Mal ordentlich pumpen. Wenn also Druck aufgebaut ist, verteile ich die Grundierung mal relativ gleichmäßig auf meiner Wandoberfläche. Würde ich jetzt mit so einem Deckenpinsel nicht mehr nacharbeiten, dann wäre die Grundierung wirklich nur oberflächlich aufgetragen, nicht schön in die Gipskartonplatte eingedrungen. Und vermutlich können wir an einigen Stellen auch sehen, dass die Grundierung sogar runterläuft. Da ist dann einfach etwas zu viel Flüssigkeit drauf gelangt und diese Stellen würden wir natürlich durch die Farben danach auch später auf jeden Fall erkennen. Deshalb gleich nach dem Aufsprühen einmal den Deckenpinsel zur Hand nehmen und die Grundierung einfach sauber in unseren Untergrund einarbeiten. So können wir jetzt beliebig weiterarbeiten und zwecks Trockenzeit würde ich auf jeden Fall mal auf die Herstellerangaben schauen, da das doch relativ stark variieren kann. Bei meiner Variante steht drauf, nach einer Stunde ist das Ganze bei normaler Raumtemperatur und Raumluftfeuchte durchgetrocknet und somit haben wir nämlich dann auch schon solche Gipskartonwände richtig grundiert. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens Tiefgrund, einen Drucksprüher oder natürlich auch so einen hochwertigen Deckenpinsel zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.